Hey Kinder, was geht bei euch ab? Junge! Willkommen zurück zu Assault. Ihr habt, wow, letzte Runde vielleicht nicht bekommen, dass wir hier fett auf die Nase bekommen haben. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt schon entschieden, ob ich, ob ich die Folgen zusammenlassen soll, ob ihr Doppelfolgen haben wollt, bis zu 10 Minuten oder einfach nur 4-5 Minuten folgen, so kurze einzelne Spiele. Wie gesagt, einzelne Spiele, dann kann ich jeden Tag ein Video bringen, Doppelfolgen, dann doch lieber jeden zweiten Tag, weil ich... Ist nur noch Warm-Up, oder? Ne, ist es nicht. Oh Gott, war das jetzt wirklich die erste Runde und ich hab wie so'n Bock rumgekackt? Ich will nämlich einfach gewährleisten, dass ich wirklich mindestens jeden zweiten Tag was hab. Ich will nicht wieder irgendwie wochenlang nichts haben, beziehungsweise eine Woche ist schon lang genug, weil ich kenn euch, ich weiß es. Ich hab'n guten Abo-Zubax, ich bin sehr froh darüber, wie's läuft. Also, manchmal bekomm ich an einem Tag drei Leute, dann gibt's natürlich wieder einen Tag, wo vielleicht nur einer kommt oder gar keiner, aber es läuft echt und es ist kacke, ich versteh's. Jetzt legt mir jemand in die Ding, nein! Okay, aller Hauptgame. Bis dann, ciao. Oh mein Gott, oh mein Gott, kurz telefoniert. Wo bin ich? Ah, fuck, man! Scheiß die Wand an, ey, fick, die verfickte Kacke. Ich trink dich mal nicht so auf, gell, das ist das Programm für, äh, für Kinder auch. Also ab 16. Also für Kinder. Ich wollte nur nochmal sagen, ich will eben gewährleisten, dass ihr jeden zweiten, mindestens jeden zweiten Tag was habt, denn ich kenn das, man wird, man schaut sich um, findet einen neuen YouTuber, den man toll findet und schaut dann bei dem rein und dann folgt man sich auf neuen Content und es kommt einfach tagelang, ne Woche lang nichts. Das ist ärgerlicher Scheiß, ich weiß. Ah, Mann! Ich weiß, ich bin grad völlig unseriös, sorry, aber ich bin grad so in Rage, weil ich die erste Runde, weil wir die erste Runde schon verloren haben. Das wäre 100% unser Win gewesen und die Runde dann auch, das baut er dann darauf auf. Wir haben jetzt drei oder vier Runden verschenkt und erst dann haben wir wieder die, versteht er? Er hat schon recht, es ist gut in den Tunnel zu gehen, aber, alter, du Spaß, hör doch mal auf, Mann! Ich muss hier mal die Tür aufmachen, dass ich durchrennen kann, im Notfall. Ey, wir wurden wieder übelst dezimiert. Super cool, wirklich. Die Jungs lassen sich doch gerade, jetzt spucke ich den Bildschirm an, dass es kracht, ey, Wunder die Waldfee. Okay, der ist alleine, wir sind zu zweit. Alter, lass die Geisel bewachen, aber... Nee, halt, der gewinnt doch dann, oder, wenn der weg ist. Der muss... Ah... Ah... Gewinnt der bei einer Geisel schon? Nee, der muss doch beide holen. Ah, da sind ja beide. So, Kinder, schon bei der dritten Runde geklatscht. Okay, läuft. Ich behalte auch die Waffe, die finde ich ziemlich cool. War aber, das ist jetzt ärgerlich, dass wir die ersten zwei Runden verkackt haben. Wisst ihr, wir müssen sie jetzt so früh möglich auch desillusionieren, damit sie einfach dann diesen, den Kampfgeist verlieren. Nicht durch die... Nicht eigentlich wegknallen. Ja, müsste gehen, ne? Oh mein Gott. Wo wurde der erste... Wo wurden die Leute geklatscht? Ah, scheiß die Wand dann. Nicht da stehen bleiben. Okay, ich glaub, die Runde haben wir verkackt. Na, nee, ist noch offen. Ist noch offen. Wenn die Leute sich jetzt nicht zu Bild anstellen... Naja, okay. Mein Handy will mich heute verfickt nochmal verarschen, ey. Ich hab jetzt keine Zeit. Ganz kacke. Einfach lautlos machen. Immer lautlos musst du liegen, aber sonst hat das keinen Zweck. Mann, kann die Türen kaputt schießen? Ich wollte schon fragen, wo kamen gerade eben die Fläsche her? Kein Wunder. Alter, das bin doch ich. Ich denk die ganze Zeit, wer schießt denn auf mich? Wo sind denn die Feinde? Die Tür ist weg. Ich wollte zumachen, aber sie ist weg. Okay, zwei gegen vier. Zurück zu den Geißeln und abwarten. Komm mit. Achso, ich bin der Einzige, der so weit weg war. Okay. Ja, nice. Nice. Okay. Warum Kepler und Helmet? Kann mir das jemand sagen, warum ich das nicht kaufen kann? Ist das generell einfach... Brauch ich es nicht? Oder ist das automatisch immer gekauft? Nö, ich geh dann wieder runter. Ich hatte hier eine recht gute... Erfolgschanze. Scheiße. Oh mein Gott, von draußen. Ich hab aber auch grad wie so'n dummen Kackbock da rumgestanden und dachte, f***, unbesiegbar von links. Ach, ich bin zu dumm, um einzukaufen. Das ist echt ärgerlich. Ich mach hier hinten rein. Hier ist eigentlich ziemlich geil, oder? Pam, pam, pam. Da hab ich oben die Tür im Blick. Die untere Tür ein bisschen. Ich kann von den Fenstern angeballert werden oben und... Nice, Leute, nice. Eskalieren sie grad. Ich bin grad das schwächste, schlechteste Mensch. Egal, Leute, noch 40 Sekunden bleibt bei den Geisel, denn wir haben dann eh gewonnen. Kann man eigentlich auch Counter-Strike-South-Maps auf Go-Servern spielen, weil ich hab früher mal ein oder zwei Maps hab ich selbst erstellt. Und das wär mal echt ein cooles Event, wenn wir meine Maps bespielen würden, meine alten. Warte, ich hab mich grad so dumm gefühlt. Ich geh jetzt hier hinten hin. Fuck. Du hast gesehen, vorne, hinten, beide Mates weg. Weil sie sich gezeigt haben. Ihr müsst beide retten, ihr Pisser. Warum... Warum haben die sofort gewonnen, wenn sie eine einzige Geisel retten? Man musste doch früher immer beide retten. Man musste alle retten. Oder alle drei, oder wie viel es waren. Die sind einem hinterher gedackelt, man musste sie alle retten. Verdammt nochmal. Das ist zum Kotzen. Oh, da reicht eine. Ich kann nie mehr hier erinnern. Auf jeden Fall verkacken wir hier, Mann. Das ist doch scheiße. Wir müssen diese Scheiß-Arbe, die hier immer kommt, auch mal weglatschen. Äh, ist schon tot. Tür ist weg, geil. Nein! Was für eine lächerliche Scheiße, ey. Unangenehm, ohne Tür im Rücken. Hat eine Geisel auf jeden Fall. Okay. Kinder, Kinder. Wie unangenehm. Ey, die sind echt gut. Wir, oder beziehungsweise, wir sind echt schlecht. Moment, sieht's gut aus. Nice. Die Fenster sind echt geil. Fallen mir sehr, sehr gut. Ich bin der Letzte. Fuck. Dass der von rechts jetzt noch kommen musste. Scheiß die Wand an. Hätte schneller hochgehen sollen. Nachladen und direkt oben weiter. Hm. Aber jetzt mal ganz, ganz, ganz im Ernst. Manche Mates sind aber echt behindert, oder? Gibt'n gar nicht. Na, bei denen sind auch welche dabei, die nichts können. Daher ist es wurscht. So, Frati bleibt jetzt ganz arschlochmäßig hier oben hocken. So, wir beginnen mit dem Ersten. Bleibt kurz nah. Da kommt schon der Nächste. Ich hab'n gehört. Bei uns ist einer drinnen. Super. Was war denn das? Diese verfickte Nachladerei. Einer noch. Bitte, lasst ihn jetzt nicht irgendwie euch alle holen. Bitte. Hockt euch einer zu einen Geisel, der andere zu anderen Geisel. I throw the flashback. Fuck. Sieben life. 50 Sekunden noch. Kommt schon. Bitte chillt. Zeigt euch nicht. Achso, wenn die einen Geisel holen, haben sie ja gewonnen. Oh mein Gott. Die können einfach die untere holen. Und dann sind wir gefickt, jung. Scheiße. Alle diese Ficke an diesem Scheißfenster. 5 HP. Jetzt im Ernst. Dann einfach nicht zeigen. Und einfach reinkommen lassen. Hm. Ich hätt's wissen müssen. Ich hätt's wissen müssen. Noch ein Dritter kommt da einfach. Ich hab zwei geholt. Wenn jeder von uns im Team zwei holen würde, hätten wir 20 Leute geklatscht, ne? Bumm. Und da haben wir verkackt. Oh, gab aber fett Punkte. Schade, naja. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.